Ein absolutes Muss für alle Freunde des hintergründig skurrilen Humors war der Karl-Valentin-Abend im Casino Kitzbühel. Die Münchnerin Sissi Engel und der Wahlmönchner Peter Zimmermann brillierten in ihrer Fassung über den genialen Trageist und Dadaist Karl Valentin. Mit seinen hintergründig philosophischen Texten. Ob der Theaterbesuch, die Lorelei, Semmelnknödeln oder wenn ich der Herrgott wäre, das Publikum hatte seine helle Freude an den gespielten Szenen. Jetzt haben wir heute ein Problem. Wir müssen mit der 3 anfangen. Also die 3, das wird heute die 1, weil wenn die 3 die 1 werden, dann können die 2 bleiben. Das haben wir so überlegt gehabt. Also wir fangen schon am Anfang an, aber mit der 3. Das ist nicht anders gegangen. Die 2 bleibt, aber wenn die 3 die 1 ist, dann wird die 1 die 3. Die 4 kann auch bleiben, die 5 müssen wir von der 7 herziehen. Dann wird 5, 7 wird 5, 5 und 6, 6 ist 5 und 7 ist wieder die 6, also 5 auf die 7. Weiter weiß ich es jetzt auch nicht. Ich muss dann nachher nochmal nachschauen, aber irgendwie kriegen wir das schon auf die Reihe. Ich fange jetzt also mit der 3 an, sozusagen mit der Nummer 1. Also 1 ist jetzt 1, aber 3. Wie herrlich ist das im Winter. Wie ich das sehen auch. Pass auf, auf. Schade und gerade der Winter, der wäre so interessant gewesen. Du Alter, denkt ihr nur, da gehe ich eben über die Treppen rauf, da begeg ich mit unserer Hausfrau und habe mir schon wieder was geschenkt. Prat einmal, was er mir geschenkt hat. Seine Kindes, sag's halt. Da schau her, 2 Theaterpiletten für den Faust. Ja, was sag's jetzt da dazu? Was soll ich da dazu sagen? Warum geht's da nicht selber rein, ich sollte luten. Sie wird halt keine Zeit nicht haben. Sie hat keine Zeit, aber wir müssen schon eine Zeit haben. Aber sei doch nicht so undankbar. Ja, aber du, das siehst doch ganz deutlich, dass die Frau da was gegen uns hat. Ja, sonst bläht's uns doch da nicht die Beläbten für den Faustschelter. Aber sie wollte uns doch eine Freude bereiten. Was? Sie uns? Haben wir ja schon einmal eine Freude bereitet. Nein, 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 nein. Niemals. Peter Zimmermann und Sissi Engel präsentieren einen Karl-Valentin-Abend und stellen sich dabei einer Aufgabe, die wahrlich nicht einfach zu meistern ist. Karl-Valentin nachzumachen schien ja lange Zeit fast unmöglich. Wie seid ihr an die Sache herangegangen? Ja, also eigentlich glaube ich immer so, das wird der Valentin schon von klein auf irgendwie beschäftigt. Also anders wird es nicht beruflich, aber so hat man seine Texte, weil er ja ganz tiefgründige Texte hat und eigentlich Philosoph ist. Und das Lachen bei Valentin ist oft so, dass er ihm dann auch wieder im Hals stecken bleibt zum Tag eigentlich. Und er ist halt für mich, wo er da ist und Philosoph und wird auch lange nach seinem Tod noch weiterleben, weil seine Texte einfach toll sind. Und je einfacher man, denke ich mir, diese Texte interpretiert, umso mehr haben sie Wirkung. Wenn man dort noch was draufsetzen würde, das mit Slapskick und so weiter, das glaube ich, dann würden wir wieder mehr kaputt machen. Man muss auch nur auf den Text verlassen. Ja, gib's in die Sache, stell ihn halt auf. Ich kann doch dann in der Sonne einhalten. Dreh ihn halt um. Wie der Mensch schon so eitel sein kann, für wen wird es ein Passes jetzt sein? Mir gefällt es und wir machen, dann brauchst du nicht fallen. Vielleicht sitzt im Theater ein sauberes Mädchen neben mir. Die werden doch gar dich anschauen. Die schaut doch den Faust an. Ich mein doch in der Pause. Schon wieder ein Eintopf. Bei uns hat es doch nie was anderes gegeben. Da, aus der Kraut. Ich hol mir mein Sachschu selber. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gematt, doch keine Gäckerl nicht. Während du am Essen brauchst du nicht in den Spiegel reinschauen. Du, gerade da, weil dann habe ich zwei Portionen. Fani, sag einmal, was machen wir denn da mit unserem Buben? Ja, wenn der, wenn der heimkommt. Ich habe schon dran gedacht. Das Essen müssen wir warm halten. Bevor wir fortgehen, müssen wir mir einen Zettel schreiben. Nein, gehst nur du weiter. Den schreibe ich gleich. Sisi Engel, was verbinden Sie mit Karl Valentin? Haben Sie persönliche Bezugspunkte? Karl Valentin ist hintergründig und philosophisch und lebenswahr und voraussehend. Eigentlich macht er alles. Er ist ein Klassiker. Und alles, was er geschrieben hat, ist eigentlich die Wahrheit. Egal, ob das jetzt etwas Trauriges, etwas Dramatisches oder etwas Fröhliches. Denn gerade diese Sachen, die so lustig sind, die sind ja oft gar nicht lustig in Wirklichkeit. Sie sind ja nur lustig, wenn die Leute eigentlich sehen, wie dumm sie sich benehmen. Oder wie unsinnig sie sich benehmen. Das zeigt ja Karl Valentin wieder. Dann schreibe ich, dass wir nicht daheim sind. Das brauchst du ja nicht schreiben, weil das sieht er doch eh. Das meine ich ja. Ich schreibe, dass wir nicht da sind, weil wir abwesend sind. Ja, schreibe München, den Sohn zu finden. Ich schreibe, lieber, lieber, ja wer heißt jetzt der? Du als Vater musst doch wissen, wie der Bub heißt. Du als Mutter musst viel eher wissen, wie der Bub heißt. Weil mir immer Bub zu ihm sagen. Wie heißt jetzt der? Na du, warte mal, ich frage die Nachbarin. Vielleicht weiß es die. Na, da wäre man du saiba draufgekommen. Ich esse es Maria an Josef. Josef heißt er. Dann schreibe ich, mein lieber Josef. So kannst du nicht schreiben, weil er mir auch gehört. Das schreibe ich heute, unser lieber Josef, weil du da Ruhe gibst. Ja, sehr geehrter Herr, unser lieber Josef. Dein Essen steht in der Küche am Ofen. Mach es dir warm, weil es schon kalt ist. Ja, aber es ist bereits Dezember. Ich mein doch, das Essen kalt ist und weil wir ins Theater gehen müssen. Ah ne, wenn wir nicht mögen, dann müssten wir nicht. Schein mal, sollen, wollen, möchten. Werden. Ja, dann sind wir doch schon weg, wenn er den Zettel liest. Ja, 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 dann schreibst du, gegangen sind. Sollte das Theater auswerden, dann kommen wir vielleicht bestimmt nach Hause. Es grüßt dich, deine fortgegangenen Eltern, nebst Mutter. Bei den Eltern, da ist doch die Muster schon dabei, Rindwig. Ja, dann mach ich halt da einen Punkt, sonst liest du das Rindwig weiter. So, und jetzt, jetzt schreibst du noch dazu. Schreibst du noch dazu. Solltest du, solltest du das Essen lieber kalt mögen, dann brauchst, dann brauchst du es dir nicht warm zu machen. Weil es sonst zu heiß wird. Wie kommt denn dieser Karl-Valentin-Abend hier in Kitzbühel an? Ja, das weiß ich nicht, mir gefällt es gut. Wenn angekommen ist, der Zimmermann in Kitzbühel ist da, war ja immer da, ist er unter dem Jahr öfter da. Und hat auch schon Lesungen gemacht und Vortragen beim Praxmaier, aber diesmal spielt er recht, echtes Theater. Er hat ja, ich verfolge ihn ja eigentlich, bin mit ihm über 20 Jahre bekannt und 25 Jahre. Und hab alle seine Schwierigkeiten auch, die er mitmachen hat müssen. Er hat ja nicht immer gute Zeiten gehabt. Aber heute hat er ein eigenes Theater in München und es geht ganz gut. Er hat eine kleine Bühne und da spielt er zwei-, dreimal die Woche sogar, manchmal. Und er ist ja der geborene Karl Valentin. Wenn man einen Film von Valentin sieht, dann glaubt man, er steht da selber. Und in der Olle schauspielerisch ist er sicher einfach bestens geeignet. Da hat er seinen Weg gefunden für das. Oh ja, jetzt schauen Sie mal her da. Meine Uhr. Meine Uhr. Ohne Zeiger. Die hat ja gar keinen Wert. Ich meine, eine Uhr ist das nicht selbstverständlich, außer so. Sie werden jetzt doch da nicht behaupten, dass das da ein Papagei ist. Ich persönlich trage die Uhr ja nur wegen der Kette. Ja, das sagt schon das Wort. Uhrkette. Da ist ganz selbstverständlich, dass da ein Uhr drin hängen muss. Da kann ich nicht den Hund hinhängen. Dann wäre das eine Hundekette. Ja, und wer wäre dann ein Hund schon in die wessen Taschen reinstecken? Niemand. Ich selber halte das Uhr ja auch für überflüssig. Weil schauen Sie, ich wohne ganz in der Nähe beim Rathaus. Und jeden Morgen, wenn ich da in mein Geschäft gehe, da schaue ich dann auf die Rathausuhr drauf, wie spät es ist. Und das merke ich mir für den ganzen Tag. Und ich nütze dann meine Uhr nicht so ab. Die heutigen Uhren, die gehen ja noch eher. Aber früher, früher war das fad mit die Sonnenuhren. Und keine Sonnenuhren, keine Uhr. Da ist mir meinige ohne Zeiger lieber. Auch wenn es nicht geht. Ich meine, ich meine, gehen, gehen, du dich an. Nein, innen. Sie zeigt mir es halt nicht an. Darum hat auch die ganze Uhr gar keinen Wert. Ich meine, ich könnte sie dem Uhrmacher geben. Aber in dem Moment, wo ich die Uhr dem Uhrmacher gebe, habe ich keine mehr. Da ist doch besser, ich bin heute so, wie sie ist. Ah, auch wenn es nicht geht. Weil, sollte mir einer mal die Uhr stehen, kann sich der damit rumärgern. Sollte sie mir einer stehen. Na, der wird aber auch gerade die haben. Franny! Franny! Tun wir mal die Fliegen ein! Du hast mich schon mal ruhen lassen, sonst werde ich selber nicht fertig. Nein, halt doch mal die Schäuze. Ah, du, mein ganzes, du, mein ganzes, halt mir. Ja, wie soll ich das sonst tun? Ja, du, mein ganzes, halt mir. Was soll ich denn tun? Tun wir mal die Fliegen ein. Auch die Heimatbühne ist natürlich vertreten, wenn Karl Valentin auf der Bühne steht, sozusagen Peter Zimmermann, in der Rolle des Karl Valentin. Wie kommt es denn an? Wie gefällt es denn euch? Ja, sehr gut. Wir waren ja nicht heute schon das zweite Mal bei ihm. Wir waren ja schon draußen in München, im Hofbräuch Keller. Und wie wir gehört haben, wie er gesagt hat, dass er da spielt, war es natürlich für uns ganz logisch, dass wir da auch wieder gehen. Also ist es einfach ein Genuss, so was, würde ich sagen. Ja. 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 Das war's. 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 und ich wollte nur einen gewöhnlichen Lohnmantel. Jetzt machst du es mir so. Aber was darf ich mir merken? Zu deinem nächsten Geburtstag bekommst du von mir für deine impertinente Bescheidenheit 500 Mark. Dann kannst du dir kaufen, was du magst. Und ich brauche mich nicht über deine Dankbarkeit freuen. Ja, ja, jetzt kommen die Vorwürfe. Das bin ich ja wie an dir gewohnt. Ich verbitte mir ab heute jede Unzudringlichkeit, sonst werde ich dir den Hild halt machen. Das heißt, was die Hölle heißt, aber das ist ja bei dir alles fruchtlos. Fanny, 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 wir wollen uns doch wieder vertrauen. Wozu denn immer diese unseeligen Schmeicheleien? Sagen wir uns doch lieber in Zukunft die Gemeinheiten direkt ins Gesicht. Ja, du saudumer Kerl, du hast ja recht, da bin ich ja direkt damit einverstanden. Ja, du Rindviech, du Deppertz. Sechs, es geht doch so. Oder auch Streit mit schönen Worten. Und am Schluss sind sie dann doch wieder gut. Es ist alles so unsinnig. Warum hat man die ganze Kraft für Streit hergegeben? Und in Wirklichkeit müsste es doch gar nicht so sein. Und das ist halt der Mensch. Und das ist halt typisch Karl Valentin. Aber die Suppe ist wieder ungenießbar heute. Ach, wieso? Das ist doch heute eine ganz feine Suppe. Ich hab doch nicht gesagt, dass die Suppe nicht fein ist. Ich hab gesagt, sie ist ungenießbar, weil sie so heiß ist. Eine Suppe muss heiß sein. Wie? Wie ist aber nicht zu heiß? Da, 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 da. Alle Tag und alle Tage das gleiche Lied. Einmal ist ihm die Suppe zu heiß. Ja. Dann ist ihm die Suppe zu kalt. Ja. Ich will dir mal was sagen. Wenn ich dir nicht gut genug koche, dann gehst du ins Witzhaus zu messen. Das ist doch gar nicht notwendig. Die Suppe ist ja gut. Nur, nur zu heiß. Dann wartest halt so lange, bis sie kalt ist. Du, eine kalte Suppe mag ich doch auch nicht. Dann. Jetzt hätte ich bald was gesagt. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, gell? Nach dem Essen. Alle Tag und alle Tag muss bei uns geschlitten werden. Anders geht es nicht. Ja, wieso? Auch du willst doch das gar nicht anders haben. Wieso? Bin ich gleich das schuldige Teil. Na ja, wer denn? Hab ich da die Suppe gekocht? Eine kochende Suppe ist immer heiß. Vielleicht kochst du es zu lang. Zu lang, zu lang. Morgen häng ich ein Thermometer im Suppentopf rein, damit der Herr Gemahl eine richtig temperierte Suppe bekommt. Eine gute Köchin braucht keinen Thermometer zum Suppenkochen. Ja, ja, jetzt kommt der schuldige Teil. So geht das jeden Tag. Zuerst knurrt und meckert er und dann kommt der Spott auch noch dazu. Nein, ich habe nicht knurrt und meckert, aber ich habe als Mann das Recht zu sagen, die Suppe ist mir zu heiß. Und zwar gern wieder mit der heißen Suppe, Mann. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Du brauchst nicht verzweifeln, du sollst die Suppe so auf den Tischen herstellen, wie sich das gehört. Nicht zu kalt und nicht zu heiß. Aber jetzt ist sie doch nicht mehr zu heiß. Ja, ja, jetzt nicht mehr. Aber wie du sie hereingetragen hast, da war sie zu heiß. Schau, schau, er hört nicht auf. Er bohrt immer wieder in dasselbe Loch hinein. Wieso? Was soll jetzt das schon heißen? Ja, weil du immer wieder mit der heißen Suppen daherkommst. Du bist doch mit derer Suppen dahergekommen. Und nicht ich. Du drehst ja den Stiel um. Du bist und bleibst der Streifel. Du bist, du bist. Hör! Da riecht's so komisch. Ich hör auch was. Du, da brandelt was. Hast wieder eine fallende Zigarette auf den Teppich geworfen. Ich hab heut noch gar nicht geraucht. Und wenn ich geraucht hätte, hätte ich die Zigarette nicht auf den Teppich runtergeworfen, sondern in den Aschenbecher, wie sich das gehört. Ich hab's ja auch nicht behauptet. Ich hab ja nur gemeint. Und meinen wird man wohl noch dürfen. Oh Gott, der Rauch kommt ja vom Damm. Ich geh halt raus und schau, was los ist. Ja, ja, ja. Und Himmelswind, die ganze Köde ist voll Rauch. Jetzt, da hast ich's verbrannt. Ja, ja, ja. Bei uns muss ja immer wieder was los sein. Ja, schau her. Mit deinen ewigen Streiten und Nörgeln ist unser ganzes Essen verbrannt. Ja, Mahlzeit. Und drinnen waltet die tüchtige Hausfrau. Wer ist denn schuld? Du mit deinen ewigen Streiten und Nörgeln. Ich hab nicht gestritten und Nörgeln. Ich hab doch nur gesagt, dass mir die Suppe da zu heiß war oder die Suppe da heiß war. Jetzt fangt ihr wieder mit der heißen Suppe mal an. Ich laufe noch auf und davon. Auf. Brauchst du gar nicht laufen. Nur davon. Was nehmt ihr mit für eure Arbeit mit der Heimatbühne von diesem Abend? Ja, es ist mir wieder erstaunlich, wie gesagt, dass wir spielen können, dass da alles möglich ist. Und ja, es ist sicher ein ganz anderer Bereich von der Genauigkeit und so. Und ja, es würde anreizen, dass wir uns vielleicht selber verbessern und selber vielleicht auch ein bisschen in die Richtung schauen. Und ja, soweit es möglich ist. Selber auch in die Richtung Karl Valentin? Wäre das auch einmal was für euch? Ich weiß nicht. Da war ich eher skeptisch, weil da muss schon ziemlich vieles passen. Und beim Peter passt halt einmal auch die äußere Form, sagen wir mal so. Er hat halt einfach fast die gleiche Form wie der Karl Valentin. Und das ist halt auch für mich schon sehr wichtig, weil man halt auch Karl Valentin schon gesehen hat, auch in Filmen und so weiter. Dass man weiß, wie gesagt, dass er eigentlich nachmacht. Was erwartet ihr euch jetzt noch vom zweiten Teil, der zweiten Halbzeit? Ja, ich habe jetzt das Programm nicht mehr so im Kopf. Es ist schon... Franz hätte halt die Figur. Ja, Franz hätte die Figur. Ja, ja. Da müsste man vielleicht einmal eine Woche auf die Head setzen. Ja, der zweite Teil. Ich glaube, es kommen noch ein paar sehr lustige Sachen. Ich glaube, die Semmelknödel sind ja noch die sehr Bekannten. Ob es Semmelknödeln heißt oder Semmelknödel. Und ich glaube, es kommen noch sehr viele lustige Sachen. Und ausgerechnet Semmelknödel muss er sich bestellen, wo ich doch heute auch Semmelknödel gemacht habe. Was? Die Sem. Die Sem. Unsinn. Andere habe ich halt gemacht. Aber Semmelknödel sind Semmelknödel. Den. Was denn? Semmelknödel heißt es. Ich habe ja gesagt Semmelknödel. Semmelknödel. Nein, es heißt von jeher Semmelknödel. Ja, ja, ja. Einer. Aber mehrere Semmelknödel heißen Semmelknödel. Wie kann man dann so einem Tutzend Semmelknödel sagen? Ja, auch Semmelknödel. Die Semmelknödel, die werden aus Semmeln gemacht, also aus mehreren Semmeln. Naja, du kannst ja nie aus, sagen wir aus einer Semmel, zehn Semmelknödel machen. Oh, machen kann man schon. Ja, 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 machen kannst du dich schon. Aber wenn du, sagen wir aus einer Semmel, zehn Semmelknödel machen tätst, da würden die ja so klein wie Mockenkugeln, dann würde das Wort Semmelknödel ja schon wieder stimmen, weil sie nur aus einer Semmel gemacht sind. Solange die Semmelknödel aus Semmeln gemacht werden, aus mehreren Semmeln, heißt das unerbitterlich Semmelknödel. Du sagst es auch nicht richtig. Jetzt hast du gerade gesagt Semmelknödel. Nein, nein, nein. Ich hab gesagt Semmelknödel. Richtig muss es eigentlich Semmelknödel heißen, weil die Knödeln aus Semmeln gemacht werden. Ja, das Wichtigste ist der Knödel. Semmelknödel müsste es ursprünglich heißen. Nein, nein, nein. Das Wichtigste ist das N zwischen Semmel und Knödel. Wie sagt man denn dann zu Kartoffelknödel? Ja, das ist dasselbe N. Kartoffelnknödel. Und zu Schinkenknödel. Ja, nein, nein, nein. Da ist das N schon zwischendrin. Schinkenknödel. Es gibt keine Knödel ohne I. Doch, die Leberknödel. Ja, stimmt. Lebernknödel. Das könnte man nicht sagen. Typisch Karl Valentin. Was erwartet uns denn jetzt in der zweiten Hälfte noch? Ja, jetzt haben wir halt noch ein paar lustige Szenen und eben auch diese philosophischen zum Teil drin. Also einmal würde ich sagen, das ist der Pessimist und Optimist. Und dann mit Sicherheit, wenn ich einmal der Herrgott wäre, das geht auf das Hobel-Lied zurück von Ferdinand Raimund. Aber das sage ich dann auch noch von der Bühne aus an. Weil der Valentin halt immer dann so eine Zeit gehabt hat, wo er alte Volkslieder mit einem anderen Text versehen hat. Also auf das Hobel-Lied hat er dann einen anderen Text geschrieben. Und da merkt man eben schon dieses Resignieren beim Valentin. Lass uns, lasst euch überraschen einfach, ne? Ja, genau. Kleine heißt dem anderen dumm. Am Ende weiß kein nix. Da ist der allerärmste Mann dem anderen viel zu euch. Das Schicksal setzt die Hobel an und hobeln alle gleich. Die Jugend will halt stets mit Gewalt in allen glücklich sein. Doch wird man nur ein bisserl alt. Darauf findet man sich schon dran. Oft zankt mein Weib mit mir. Du Graus. Das bringt mich nicht in Wut. Da klopf ich meinen Hobel aus und denk' Ah, du brummst noch. Zeigt sich der Tod, eins mit Verlaub. Und zupft mich. Brrrt ein Kuhn. Da stelle ich mich am Anfang taub. Und trau mich gar nicht um. Da sagt er, Leber Valentin, mach keine Umstände. Geh. Da lege ich meinen Hobel hin. Und sagt er euch, Ade. Und auf dem Text hat der Valentin einen anderen geschrieben. Und zwar, wenn ich einmal der Herrgott wär. Wenn ich einmal der Herrgott wär. Mein erstes wäre das. Ich schülfe alle Krieger ab. Vorbei, wer Streit und Hass. Doch weil ich nicht der Herrgott bin, hab ich auch keine Macht. Zum ewigen Frieden reicht es nie. Weil's immer wieder kracht. Wenn ich einmal der Herrgott wär. Mein zweites wäre dies. Ich schülfe alle Techniker. Es wär besser. Ganz gewiss. Dann gäbe es kein Flugzeug mehr. Oh Gott, wie wär das nicht. Und ohne Angst. Da gingen wir allabendlich ins Bett. Wenn ich einmal der Herrgott wär. Ich gäbe auf der Welt den Menschen alle die Vernunft. Die Scheiß noch vielen fehlt. Doch weil mir das nicht möglich ist. Die Sache ist so dumm. Drum bringen sich die Menschen mit der Zeit noch alle um. Wenn ich einmal der Herrgott wär. Ich glaub, ich käme in Wut. Weil diese Menschheit auf der Welt grad tut, was sie gern tut. Ich schaute nicht mehr lange zu, wenn's miteinander raufen. Ich ließ sie eine Sündflut los und ließ sie all ersaufen. Ja, lieber Herrgott, tu das doch. Du hast die Macht in Händen. Du könntest diesen Wirrwarr doch mit einem Schlag beenden. Die Welt, die du erschaffen hast, die sollst auch du regieren. Wenn du die Menschheit nicht ersäufst, dann lass sie heute erfrieren. Applaus 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 Vielen Dank.